so dann beginne ich mal und starte hier mit unserem heutigen webmeeting mein name ist die präsentation wird durchgeführt heute von mir und meinem kollegen rücker reinhardt für alle die schon da sind ich habe sehr viele bekannte namen langjährige kunden gesehen aber auch den anderen interessenten ich freue mich über diese rege das rege interesse an diesem webmeeting und wir werden das webmeeting aufzeichnen die aufzeichnung läuft schon wir werden dieses webmeeting und die präsentation hier aus dem meeting ab morgen dann per mail ihnen bereitstellen das video wird in unserem youtube kanal sein die präsentation bekommen sie per e mail unsere präsentation wird circa 30 minuten dauern wir werden starten mit einer kleinen folien präsentation um mal einzuleuten wo stehen wir warum beschäftigen wir uns mit diesem thema wo geht es denn hin dann werden wir live mit dem produkt arbeiten und ihnen mit zeigen in einer zweistufigen präsentation einerseits wie ist das zu verwenden und andererseits wie kann das dann auch entsprechend konfiguriert werden da werden uns abwechseln reiner als auch ich werden da teile übernehmen und sollten sie fragen haben wir haben sie alle stumm geschaltet sollten sie fragen haben da haben sie oben rechts haben sie ein bubble da ist ein und tragen sie ihre fragen bitte in den chat ein wir haben im nachgang das heißt am ende noch ein bisschen zeit hier auch auf die fragen einzugehen ich gehe davon aus dass wir die fragen beantworten können es ist unser produkt sollten das nicht können werden wir die antworten nachreichen dann würde ich sagen so viel zur vorräte das interesse ist riesengroß das freut uns natürlich am meisten deswegen starten wir jetzt auch mit der präsentation mirko dein part wie heißt es bei uns so schön los geht's und attacke attacke genau vielen lieben dank nur ja auch alle teilnehmer schön dass das dass sie muss man ja sagen wieder so zahlreich erschienen sind werden in den letzten zwei wochen auch oder letzten drei wochen dann auch schon präsentation zum thema scan to archiv und jetzt aufbauend auf das ganze thema mit unserem thema webto archiv wollen wir da jetzt gerne weitermachen genau die agenda hat der mirko rudolf schon vorgestellt ich will da auch gleich einsteigen und für die die beim letzten mal schon dabei sind die werden die folie in etwa schon kennen wir haben angefangen 2011 mit dem ganzen thema fcms haben dann im machen das auch bis heute noch also werden auch die fcms lösung natürlich weiter betreuen bis dann auch eigentlich der letzte die letzte bank migriert ist in richtung irgendwie 21 dms und da haben eigentlich schon den sehr guten baustein gelegt oder grundstein gelegt im jahr 2009 dass wir da die freigabe der personendokumente von der fiducia bekommen haben und mit unserer ersten version für scan to archiv also das kennen von multifunktionsdruckern in das zentrale bank archiv rein haben da viel erfahrung gesammelt haben da viel mit kunden gesprochen haben mittlerweile sehr viel installation auch draußen und sind jetzt an dem punkt 2021 die letzten zwei wochen das würde eigentlich die version 2 hier in der mitte dann auch gelauncht haben und das freut uns auch besonders nicht nur für personendokumente sondern das war eigentlich zeitgleich von der fiducia und gd it ag auch die freigabe für die bank und unternehmensdokumente bekommen was einfach nochmal ihnen ganz ganz viel mehr möglichkeiten in ihrer in der dokumenten ablage und dokumenten verarbeitung mitbringt genau und heute stehen wir hier an dem punkt q2 wir sind mittendrin die einen sind in den ferien die anderen gehen noch in die ferien aber wir haben gesagt mensch wir wollen jetzt raus mit diesem thema das thema web to archiv also das heißt nicht nur scannen von dokumenten sondern auch noch einiges mehr und was so die zukunft noch bringt das ist so die bubble hier unten rechts da wieder die einladung auch an sie wir wollen mit ihnen gemeinsam dieses produkt auch weiterentwickeln aber da kommen auch später noch mal zu einige zahlen noch mal an dieser stelle wo steht die excepter heute wir sind bei rund 240 banken und sparkassen im einsatz mit rund 9000 multifunktions druckern im bereich der genossenschaftsbanken sind 174 banken mit über fünfeinhalbtausend multifunktionsgeräten und über 3000 schon mit scanto archiv wie gesagt für einige oder die meisten momentan sicherlich noch im fcms umfeld aber auch schon ganz 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 viele im bereich scanto archiv für 21 dms und ja vielleicht mal so die ganz kleine geschichte wo wir heute stehen wo sie uns ich glaube die bestandskunden alle her kennen in dem bereich wir binden multifunktionale druck und kopiersysteme an wir bringen ich sage immer so schön wir bringen apps auf den kopierer wo sie es für ihre mitarbeiter ermöglicht ganz einfach dokumente entsprechend zu scannen abzulegen oder welche prozesse da auch immer im hintergrund laufen zahlungsverkehr etc das thema kennen sie alles für uns wir haben einen zentralen applikationsserver der in ihrer infrastruktur läuft bei einigen noch im hause im eigenen server raum oder rechenzentrum der bank bei einigen aber auch schon in der in der it cloud der fiducia also das kennen sie alles und wir liefern dokumente jetzt mal in unserem beispiel an agree 21 dms und das tun wir wie gesagt hatte ich eben auch schon gesagt zertifiziert von der fiducia dass wir die beiden im bereich dms bank und unternehmensdokumente personendokumente da entsprechend auch beliefern dürfen und jetzt kam vor mittlerweile ist es stellt sich mein dreiviertel jahr her oder ja zwar im rahmen der pandemie auf jeden fall wie geht ihr oder wie stellt ihr euch acceptor das vor wenn bei uns in der bank schon dokumente elektronisch vorliegen ihr scannt ihr heute schon und die antwort kann ja nun nicht sein wir drucken die dokumente aus um sie hinterher wieder einzuscannen das ist zwar ein guter weg das ist kein guter weg aber das ist ein weg und da haben wir uns gedanken gemacht gemeinsam mit kunden auch zusammengesetzt und daraus ist webto archiv entstanden und die idee und das war uns allen ganz wichtig die gleiche infrastruktur dann auch zu nutzen also den bestehenden scan to data server in der mitte da auch zu nutzen um ein ein benutzerinterface zu erstellen und zu bauen mit dem ein user dokumente die elektronisch vorliegen in welcher form auch immer zu den einsatzbereichen komme gleich noch mal dann entsprechend auf die reise in richtung archiv auch schieben kann zu den funktionen und vielleicht erst mal zu den einsatzbereichen möchte ich mal kommen wo wo positionieren wir das dokument oder wo sehen wir das dokument erst mal als allererstes ergänzend zu unseren letzten präsentation zu scan to archiv ist es möglicherweise ein weg fehlerhaft gescannte dokumente entsprechend abzulegen oder wo der barcode nicht gelesen wird und so weiter diese erfordern eine aufmerksamkeit diese müssen entsprechend auch ins archiv müssen verschlagwortet indiziert werden dafür können wir uns das ganze vorstellen grundsätzlich aber auch als eine alternative oder ergänzung im bereich der sonderdokumente also dokumente ohne barcode entsprechend auch abzulegen und zwar sowohl für kunden dokumente als auch für bank und unternehmens dokumente der fünfte punkt ist eigentlich auch hier schon wieder die einladung an sie wenn sie weitere einsatzbereiche sehen sprechen sie mit uns sprechen mit dem vertrieb mit dem support mit ihren ansprechpartnern wir sind da gerne bereit das dokumenter das produkt da auch weiterzuentwickeln oder so oder wie gesagt sprechen wir uns sprechen uns darauf an finden wir da gemeinsam auch lösungen vielleicht gibt es dinge die wir einfach momentan noch nicht sehen aber sie sind die leute aus der praxis da sind wir auf ihr feedback immer ganz gespannt genau zu den kernfunktionen ich hatte schon gesagt die basis ist immer die scan to data plattform das heißt eine eine lösung oder die die lösung basiert auf dem scan to data server der bei ihnen in der infrastruktur läuft der hat heute auch schon einen web server mit drauf und auf diesen bauen wir im grunde genommen diese webseite mal ganz platt gesagt entsprechend auf uns war wichtig genauso wie wir es von den scan apps erkennen dass wir den benutzer mitnehmen also zu bei punkt 1 sicherlich die administration bei punkt 2 die benutzer mitnehmen dass sie eine einfache bedienung erfahren genauso wie sie von den multifunktions drucker apps kennen wenn wir schon bei der infrastruktur sind wir haben in den personenformular bestand bei uns in der datenbank zum scannen der ganzen formulare et cetera pp also warum nutzen wir nicht und das ist eigentlich die antwort darauf dass es da entsprechend integriert für den benutzer das werden wir gleich auch in der live präsentation gehen da sehen da wird melke rudolf näher darauf eingehen es ist flexibel anpassbar an ihre bedürfnisse an die anwender rollen und so weiter wir haben festgestellt dass es teilweise das produkt genutzt werden soll um halt in zentralbereichen dokumente abzulegen die personen haben natürlich ganz andere anforderungen an das system als ich sag mal die die gesamte mannschaft wo mal ein dokument abgelegt werden soll also das kann benutzer individuell angepasst werden wie sie es möchten genau und unter anderem für die einfache bedienung sollen für den ersten moment auch shortcuts dienen also nicht nur den personen und den den formular bestand mit pflichtfeldern und so weiter sondern auch shortcuts dass man ganz schnell auf die auf das richtige formular letzten endes auch zugreifen kann das schauen wir uns gleich in der live präsentation an und am ende des tages war uns und allen wichtig so wie sie es auch von uns kennen eine einfache lizenzierung wir müssen etwas umdenken wir denken jetzt natürlich nicht mehr in multifunktions druckern sondern über eine webapplikation über ganz andere dimensionen aber seien sie gespannt es kommt in ein paar folien nach der live präsentation da lüften war auch das geheimnis wie wir uns das vorstellen ja und da kommen wir auch schon in den bereich der der live präsentation auch den teil werden wir uns aufteilen mürke rudolf und ich ziehe jetzt mal mein remote server hier mal rüber genau wir machen heute eine reine online präsentation das heißt der server steht in berlin ich bin selbst im home office und verarbeite jetzt mal diese dokumente vielleicht für den einstieg für die 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 letzten wochen mit dabei waren dass dieses beispiel hatten wir ja auch schon bei scantor archiv wir haben einen dokumenten stapel gescannt aus drei dokumenten diese dokumente da sind die barcodes alle in ordnung die wurden direkt über die scanfunktion scantor archiv direkt ins dms oder ins archiv geschoben und dieses dokument wurde ausgerootet und an dem beispiel wollen wir jetzt auch anfangen muss das mal aber klein machen und wir schauen uns mal an wie kommt jetzt ein anwender in diese lösung rein webto archiv diese url die müsste halt einmal ausgetragen werden von ihnen die läuft wie gesagt auf dem zentralen scan to data server und die nach oder vor noch vor der anmeldung anmeldung findet der anwender hier das sogenannte accepture web vor wenn sie sich die frage stellen was ist denn accepture web accepture web wird die ja neue produktsuite könnte man schon fast sagen für alles was web applikationen sind also wir werden einige produkte die sie vielleicht auch schon kennen zum beispiel print to you und so weiter hier mit integrieren das sind alles web applikationen die auch schon lange lange bestand haben bei uns und wir haben gesagt wir wollen das jetzt alles mal vereinen in ein in ein portal und das wird das accepture web portal sein wie gesagt läuft alles bei ihnen in der infrastruktur keine cloud anwendung und so weiter ein punkt dabei würde ich hier rechts noch darauf ein ganz kurz mal darauf eingehen ist accepture analytics da werden wir das thema auswertung statistiken noch mal näher beleuchten da werde ich heute nicht anschauen sondern da wird es in zukunft in den nächsten wochen auch noch mal ein webinar dazu geben welche möglichkeiten sie hier haben dokumente oder statistiken zu führen und nach dokumentenarten nach druckern und so weiter auszuwerten wir werden den benutzer hier verschiedene möglichkeiten geben eigene einstellungen vorzunehmen das schauen wir uns gleich auch im rahmen von webto archiv an und dann wollen wir jetzt mal in die anwendung webto archiv selbst reingehen die anwendung selbst ganz kurz erklärt zentraler baustein hier eine große 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 dokumenten vorschau denn nichts ist wichtiger genauso wie es auf dem schreibtisch auch kennen ich möchte das dokument erst mal präsent haben und alle anderen themen sind drumherum wir haben hier auf der linken seite die sogenannte dokumenten auswahl das ist im grunde genommen meinen ja mein dokumenten eingang wenn sie es so wollen also wir verarbeiten hier einen stapel von pdf dokumenten die jetzt hier schon reingeflattert sind nenne ich es mal und wir haben hier oben unsere shortcuts die tastenkürzel da merken sich mal ganz kurz wie das hier bei mir aussieht das sind jetzt hier zehn shortcuts die alle mit gewissen informationen bestückt sind wie gesagt ganz kurz mal merken das werden wir gleich nämlich bei herrn rudolf noch mal sehen wie das da aussieht so ich gehe jetzt als anwender mal von oben nach unten durch und schaue mir hier mal mein fehler dokument an das haben wir uns eben in einem stapel schon angeschaut die ersten beiden seiten sind direkt schon ins archiv gegangen und dieses dokument hier da haben wir jetzt mal mit absicht den barcode zerstört also provoziert dass das hier ausgesteuert wird als sogenanntes fehler dokument und das wollen wir jetzt verarbeiten wir gehen also hier rechts oben auf die verarbeiten passt dann und finden jetzt hier eine ähnliche situation vor wir haben das ganz bewusst auch da gemacht auf der linken seite das dokument angezeigt damit der anwender direkt weiß okay ich bin jetzt in der verarbeiten maske drin hier sind jetzt gewisse voreinstellungen hinterlegt das heißt es könnte jetzt hier der anwender könnte entscheiden geht das an den an den dokumenten speicher oder direkt ins archiv und was für eine art von dokument ist denn das hier überhaupt in dem fall ist ein personendokument und ich möchte das ins archiv bekommen und ich suche hier nach dem nach der formularnummer das kann ich jetzt einerseits machen über den namen dann wird mir das ja aufgelöst das wäre jetzt glaube ich die 34 0 34 84 20 die habe ich mir aufgeschrieben 34 84 20 das kann ich auch über die über die tasten beziehungsweise hier über die über die formularnummer machen und kriege dann das hier auch direkt ausgesteuert mein kunde ist der herr mustermann und zwar der maximilian und hier könnte ich jetzt zum beispiel noch bemerkungen mit weitergeben und so weiter diese informationen würden auch alle ans dms mitgehen wenn sie dokumenten typen haben die hier mehrere personen mit erfordern dann können sie das hier über so eine multiple auswahl machen ich denke das ist ähnlich wie alle unsere lösung relativ simpel einfach und intuitiv zu bedienen könnte jetzt hier in die korrektur reingehen wenn ich jedoch meinen tipp fehler habe oder so ansonsten gehe ich hier an den übergeben button und bin fertig bekomme eine kleine zusammenfassung und kann jetzt wieder zurück in meine dokumentenauswahl gehen sie sehen hier dieses dokument nummer eins fehler dokument ist jetzt weg ist verarbeitet wird jetzt an die schnittstelle übergeben alles ist gut ich habe das gleiche dokument hier noch mal genommen um in den weiteren weg noch mal aufzuzeigen nämlich über die sogenannten shortcuts ich hatte es eben schon gesagt das sind ich nenne so schnell einsprung punkte oder favoriten die wir hier nutzen können entweder ich springe den an über die über den shortcut 0 also ich drücke dann steuerung alt und 0 oder ich gehe hier einfach mit der maus drauf das ist glaube ich von anwender zu anwender ganz individuell wie ich das wieder das haben möchte und das kann er sich dann auch kann er selbst einfach bedienen die formularnummer und alles weitere ist hier oben schon vorbelegt ich brauche jetzt hier nur noch den den kunden mit auswählen und das kann ich auch hier über die personen nummer machen 1 bis 8 enter mustermann maximilian und jetzt könnte ich hier auch sagen übergeben dokument verarbeitet fertig so jetzt muss man auf meinen spick zettel gucken jetzt haben wir den mietvertrag auch den schauen wir uns einmal an das ist jetzt erst mal einfach muster dokumente genommen sind zweiseitiger mietvertrag für ein schließfach und da gehe ich jetzt auch mal in die verarbeitung rein und das ist die formular nummer und das ist der herr meyer merkung keine die lasse ich jetzt einfach mal weg und übergebe das in meinem teil der präsentation wenn man jetzt erstmal über die personen dokumente sprechen alles andere komme da gleich zu im bereich der genau jetzt haben wir hier noch das vierte dokument das will ich nur ganz kurz zeigen als beispiel post ident dokument das möchte ich einfach mal löschen und weil sich das vielleicht hier in meinem posteingang verirrt hat und damit bin ich dann auch schon am ende angekommen ja jetzt würde ich übergeben an den mirkow rudolf in dem zweiten teil und da erklärt er ihnen einfach mal wieder auch die benutzereinstellungen und so weiter noch deutlich besser individualisiert werden können mirkow du übernimmst jawohl und da sind wir auch schon auf dem gleichen server und wie sie exakt erkennen bei uns kommt so um das kennen nicht umhin ja wir wollen kommen aus dem bereich scannen aber es kann dort hier nur ein teil sein denn in meiner präsentation geht es darum wie verknüpfe ich jetzt ein multifunktionales system mit dem webto archiv das ist das erste mit dem wir starten und das zweite darauf hatte der mirke reinhardt hingewiesen wie können wir jetzt das so individualisieren um eben auf personalisierte scan profile also übergabeprofile zu reagieren ich habe auch hier die webto archiv anwendung bei mir am server am laufen melde mich jetzt hier mit meinem entsprechenden user an und der mirke reinhardt hatte ihnen das angedeutet hier oben haben wir schon mal eine kleine veränderung das heißt meine kurzwahlen hier oben sind teilbelegt und ich habe keine dokumente drin das wollen wir jetzt mal verändern und dann wollen wir auch mal in die konfiguration gehen wie stelle ich hier gewisse dinge ein ich sehe schon eine frage hier im chat die werde ich auch gleich eingehen aber auf jeden fall wollen wir als erstes mal dieses hier befüllen und dafür haben wir jetzt hier auf der rechten seite drei ordner einmal mein oberer ordner das ist so mein demo ordner mit den dokumenten werden wir auch gleich arbeiten dann haben wir meinen upload ordner das ist der ordner der mir als user zugeordnet ist auf denen mein archiv profil lauscht auf denen es hört und das so was dann noch rein hat für uns gemacht oder was rein zu kopieren wir scannen da jetzt etwas hinein und hier unten sehen sie da sind auch schon dokumente verarbeitet wurden das läuft im hintergrund eben mit einem mit einem mit einem task das unser klassisches kinder archiv lösung da da auf das system zugreift und das verarbeitet ich habe es hier ein stapel rechnungen und diesen stapel rechnungen das sind eben hier das sind jetzt drei rechnungen die haben wir mit entsprechenden trennseiten belegt die liegen auf dem scanner drauf ich drücke da auch gleich auf den knopf das sind standard trennseiten die wir eben in unserer scan to folder bc lösung zur verfügung stellen kennt bevor der bc heißt so viele wie barcode und das macht hier nichts anderes als die dokumente zu trennen und eben in meinem entsprechenden personalisierten ordner beizustellen wenn ich hier jetzt webto archiv auswähle muss das gerät kurz aufwecken und da geht es auch schon los melde ich mich an ich habe nur ein profil hinterlegt ich habe eine regel hinterlegt das heißt er fängt jetzt gleich an zu scannen hat da jetzt fünf seiten oben drauf das sind also drei rechnungen und zwei trennseiten mit den trennseiten splittet er jetzt entsprechend diesen stapel und stellt ihnen den jetzt hier in der mitte in meinem upload ordner zur verfügung also eine direkte verknüpfung von unseren scan anwendungen entweder aus einem scan profil heraus in dem fehler dokumentes oder durch einen direkten scan hier in die webto archiv anwendung dokumente befinden sich hier und ich kann jetzt hier natürlich durch das aktualisieren auch in die verarbeitung hineingehen das haben sie im teil schon gesehen von mirko reinhardt ich wähle das dokument ausgehen die verarbeitung das habe ich eine rechnung er zeigt mir aber dass er das in das dms geben will das in person dokumente das liegt an meinen voreinstellungen und diese voreinstellungen kann der user für sich selbst konfigurieren und da haben wir hier unten die benutzereinstellungen in den benutzereinstellungen gibt es eben diese standard einstellungen in denen sie in der regel immer arbeiten bei mir ist hier definiert das sind personen dokumente und die gehen entsprechend direkt in das archiv und hier sind die grund darstellungen und grundeinstellungen für personen dokumente dabei eine frage mit dem ablagedatum mit welchem datum wird das abgelegt wir legen das jetzt mit dem datum ab bis wir hier ermitteln ich glaube es macht sinn hier auch ein datumsfeld mit reinzubringen dass man da auch ein anderes datumsfeld zur verfügung nimmt das spreche ich mit den kollegen aus der entwicklung ab ich würde es einfach mal hier ein weiteres feld aktivieren bemerkungen ich speichere das gehe noch mal zurück wähle noch mal ein dokument aus gehe noch mal den gleichen weg und sie sehen dass am ende ohne dass groß etwas verändert worden ist ein haken mehr gesetzt worden ist das bemerkungsfeld auch verfügbar das sind die grund und das sind die standard einstellungen jetzt ist das aber eine rechnung ja eine rechnung die geht nicht zu den personen und kunden dokumenten sondern das sind bank oder unternehmens dokumente und die gehen einen ganz anderen speicher und dafür haben wir hier shortcuts hinterlegt und an den shortcuts werden wir jetzt einmal arbeiten aber wie kommen sie zu diesen shortcuts diese shortcuts stellen nicht wir zur verfügung wir stellen ihnen nur den weg zur verfügung wie sie diese shortcuts selbst einstellen können hier oben gibt es die benutzer und einmal die shortcut einstellung sehen jetzt die sind null also da habe ich keine formular nummer dahinter also da würde er eine ganz normale auswahlliste kommen hier habe ich eine klare formular liste eine formular nummer dahinter und habe regeln definiert ich habe gesagt wenn dieser ausgewählt wird dann verwendest du bitte diese formular nummer das ist dieses formular und ich möchte diesen betrag haben und es soll in dieses arbeitsfach gehen das kann ich rausnehmen ich lasse es jetzt mal drin möchte das jetzt einmal bei diesen rechnungen auch ausführen also hier einen betrag haben und es soll in einem arbeitsfach jemand weiter bearbeiten am ende ist es lediglich die auswahl eines entsprechenden dokumentes word cut gedrückt das dokument ist entsprechend im dokumentenspeicher jetzt als bankdokument definiert ich gebe jetzt hier den betrag ein 3049 übergeben fertig nächstes dokument das ist bei allen anderen dokumenten dann genauso also hier bin ich sehr schnell in der lage dieses weg zu arbeiten und hier auch dann entsprechend diese dokumente ich habe die 80 vergessen das werden sie hier nachsehen fall abschließend dann über diese anwendung an das archiv zu übergeben das war jetzt der falsche weg wir haben gesehen ich habe den shortcut nicht gedrückt aber das passiert hier haben wir 153,34 also sehr schnell und ohne probleme für jeden auch konfigurier und individualisierbar und diese shortcuts die bauen sie sich selber und dafür habe ich mal hier ein beispiel dokument erstellt da habe ich bereits den formularnamen das heißt die formularnummer in den dateinamen übernommen dass ich es nur kopieren brauche und wenn ich jetzt hier in meine konfiguration hineingehe kann ich mir mit wenigen klicks einen eigenen eigenen portkat erstellen nämlich einfach nur hier den wert 0 gegen diese formularnummer tausche kurz raus springe sehen das dokument wurde entsprechend zugeordnet da wir direkten zugriff auf den formulardaten bestand haben ich möchte jetzt lediglich eine übergabe eines solchen dokumentes an ein arbeitsfach mehr will ich hier gar nicht machen es ist es wird gespeichert und in dem moment wo sie das gespeichert haben steht für diesen user dieser shortcut auch sofort zur verfügung und somit können sie sich ihre individuellen shortcuts bauen zur benahmung kommen wir gleich noch das werden wir uns auch gleich noch in der weiteren zukunft anschauen nehme jetzt mal das dokument kopiere das jetzt mal hier in meinen ordner hinein und wenn ich jetzt wieder an die anwendung zurück wechsle das aktualisiere steht das dokument auch zur verfügung hier haben wir mal eine rechnung das war aus einer anderen präsentation genommen haben ich klicke lediglich hier drauf es ist alles verschlagwortet konfiguriert und mit einem übergeben ist dieses dokument in der entsprechenden verarbeitung und wird von unserem application server so umgebaut dass es eben vom dokument importer aufgenommen werden kann und an das archivsystem übergeben kann soviel zu dem thema erste kurze informationen wie kann ich das system verknüpfen mit dem bestehenden scan donater lösung also mit dem klassischen scannen und wie kann ich das auch individualisieren und personalisieren damit übergebe ich jetzt zurück in die präsentation an den kollegen reinhard ich sehe sind genügend fragen da haben wir also noch einiges zu beantworten dazu kommen wir dann auch gleich also danke aus maus berlin ja danke mirko genau ein punkt den haben wir bei dir so am rande schon mitgesehen aber ich will ihn noch explizit auch noch mal zeigen nämlich auf die frage was passiert wenn also nicht zentral system da passiert im grunde genommen dass alles im hinteren wo ein anwender hat eine datei und will diese letzten endes verschlagworten dann kann ich mir hier ich habe das jetzt mal so gemacht ich habe die auf dem desktop liegen irgendeine scan datei in einen definierten ordner rein einfach reinlegen also jeder anwender kann dann im grunde genommen einen import ordner bekommen eine freigabe die da auch auf dem scan to data server liegt kopiert die da einfach rein und hat diese dann nach dem aktualisieren dann hier auch vorliegen denn alles weitere haben sie eben schon gesehen das wollte ich nur nochmal zeigen wie das auch für anwender ganz einfach zu bedienen ist letzten endes okay dann kommen wir wieder zurück zu unserer powerpoint genau also in der zusammenfassung vielleicht noch mal ganz kurz webto archiv ergänzt ganz klar unsere bewährte architektur scan to data beziehungsweise scan to archiv lösung baut auf der gesamten plattform auf sie brauchen nichts weiter als die also keine cloud anwendung und so weiter und so fort genau eine web anwendung die auch für jeden anwender zu bedienen ist wir haben also keine installation zusätzlich auf den clients und so weiter das war ein ganz wichtig dass das auch autark läuft und deswegen auch an der über das web letzten endes über den browser jetzt kommen wir zu den lizenzierung und eigentlich spannenden punkten uns war wichtig genauso wie sie es von all unseren eigenen lösungen auch kennen ein unlimitiertes seitenvolumen sie kaufen einmal diese lösung da gibt es einen wartungspreis drauf und dann können alle anwender und alle und unlimitiert seiten da entsprechend mit nutzen genau also auch eine server lizenz für die meisten kunden oder ich glaube sogar alle kunden wäre das dann im grunde genommen eine einmal lizenz also eine bank lizenz wenn sie das so wollen und das ganze zu einem preis von wie gesagt das als einmal invest und die wartung sind 20 prozent pro jahr an dieser stelle ja ein kleiner ausblick wo wir hinwollen ich habe das hier mal so mit einem auge schon mal auf die auf den chat geachtet da sind schon fragen aufgekommen auf die wir sicherlich teilweise schon vorbereitet sind teilweise sind sicherlich neue fragen und das ist auch gut so dass die anforderungen fragen aus bei ihnen aus der praxis einfach kommen aber was wir uns schon mal gedacht haben in welchen in welche richtung das geht da vielleicht ein kleiner ausblick genau die frage habe ich eben definitiv schon gesehen die shortcuts sind momentan mit den formular nummern belegt ja die werden in zukunft auch separat benannt werden können das heißt ich kann dann sagen das ist eine eingangsrechnung und dahinter liegt dann im grunde genommen die entsprechende prd nummer so dass das auch noch einfacher zu bedienen ist an der stelle des weiteren das war auch eine anforderung die vom kunden kam was machen wir denn mit dokumenten die eigentlich also die barcode dokumente sind die sich da aber ich sag mal rein verirrt haben wo aber der barcode die barcodes noch super aussehen und so weiter die wollen ihre anwender ja nicht separat nochmal verschlagworten nein da wird es ein button in zukunft geben dass die barcode dokumente auch in die automatische verarbeitung gehen können als wenn sie gescannt worden sind über die barcode engine genau dann haben wir uns momentan ist ja ein ich sag mal ein einfacher viewer hinterlegt in dem in dem client ich kann und für die zukunft soll es noch einen erweiterten viewer geben der auch trennen kann also dokumenten stapel noch mal auftrennen kann ihn aber auch wieder zusammenführen kann einzelne seiten vielleicht löschen kann und so weiter und gegebenenfalls auch seiten drehen kann da sind wir gerade in der entwicklung so am evaluieren was wir da noch an komponenten dazu brauchen und so weiter das steht aber relativ weit oben an weil da der bedarf der bedarf von von einigen kunden auch da war genau so und dann auch da genau der bereich verschiedene formate es kann durchaus sein dass sie als von ihren kunden nicht nur fdf dateien bekommen sondern auch vielleicht jpegs und so weiter auch die sollen dann entsprechend da drin verarbeitbar sein und dann möglichst auch mit der mit der funktion aus punkt drei trennen zusammenführen und so weiter dass das dann im grund genommen ein neuer stapel wird ja bereich x ist mit gemeint sie sind herzlich eingeladen heute über den chat oder in zukunft auch über alle kanäle die sie kennen mit uns da zusammen zu arbeiten wir wollen von ihnen lernen wir wollen wissen was sie brauchen und nur so können wir auch unser produkt entsprechend bauen und dann auch entsprechend zu ihnen bringen ja wir haben es mal genannt ihr weg zu webto archiv wir haben das mal aufgeteilt in zwei bereiche einmal die neukunden auf einmal die bestandskunden die neukunden nehmen bitte kontakt zum vertrieb auf bzw wir nehmen dann kontakt zu ihnen auf besprechen das ganze weil sie brauchen erstmal die eine gewisse scan to data anwendung darunter das machen wir normalerweise mit einer demo stellung das heißt sie brauchen scan to archiv schon mal lizenziert für mindestens ein gerät und das ganze würde dann geliefert werden auch über den acceptor support bitte schreiben sie uns dafür einfach eine e mail an webto archiv at acceptor.de mirko kannst du das mal ganz kurz mal in den chat reinschreiben dass alle die brauchen brauchen sich die anwender das nur einmal raus kopieren für die bestandskunden da würden wir gerne über den support erstmal eine technische prüfung machen auch sie melden sich einfach an webto archiv at acceptor.de dann können wir das ein bisschen kanalisieren dankeschön und da machen wir eine technische prüfung ihrer serverinfrastruktur erst einmal würden das dann auch demo stellen bevor sie es kaufen und wie gesagt die gesamte lieferung des projektes würde dann auch der support in abstimmung mit uns und so weiter machen wie gesagt kurz eine e mail an webto archiv at acceptor.de wenn sie da irgendwelche punkte haben wo sie sagen mensch das fehlt mir oder da und dafür würden was gerne einsetzen schreiben sie da gerne ein paar zeilen zu und dann können wir uns da schon mal darauf vorbereiten vielen dank erstmal an dieser stelle ja und dann sind wir eigentlich mit dem mit der kernpräsentation auch schon im großen und ganzen durch und wird sagen nur kommt dann kommen wir zu den fragen folge zu den folge webmeetings wir haben momentan von unserer seite keine geplant das ist so ein bisschen der urlaubszeit geschuldet aber ich glaube die letzten drei wochen haben uns gezeigt dass da einfach ganz klar bedarf ist dass da ganz viel interesse da ist so ein bisschen was haben wir heute auch schon wieder besprochen wo die reise auch noch hingehen kann schauen sie gern regelmäßig unter acceptor.de events veranstaltungen nach oder tragen sie sich auf jeden fall in unseren newsletter ein die bestandskunden schrauben wir gerne generell auch mit an aber bei all den neukunden und zwar also newsletter eintragen ist auf jeden fall die sichere sichere wahl an der stelle genau und dann ja im namen unseres gesamten teams den stefan sendelbeck haben sie heute nicht gesehen ich glaube der ist noch auf der straße da schöne grüße auch an die ganzen kunden aus dem süden unser gesamtes team rund um die acceptor steht ihnen gern zur verfügung auf der webseite finden sie unsere kontaktdaten da können sie auch direkt termine buchen für eine online präsentation und so weiter ja dann bleibt mir nur danke zu sagen an dieser stelle an alle wenn jetzt keine weiteren fragen eine frage steht hier noch kriegen wir die aufzeichnung zugesendet ja die stellen wir nämlich in diesen youtube kanal und da bitte auch vielleicht oder die bitte oder wunsch an alle abonnieren sie da den kanal tippen sie auf die glocke dann werden sie auch regelmäßig informiert wenn wir da neue videos rein stellen und dann bleibt mir einen schönen donnerstag nachmittag noch zu sagen alles gute und bis demnächst vielen dank vielen Dank